Also meine Damen und Herren, es ist wieder mal Zeit für Clinical Journal Club. Und im New England Journal geht es um einen 36-jährigen Menschen. Der hat, klinisch hat er Meningitis und dies ist ein Liquorpräparat. Und da ich solche Präparate selber gemacht habe, wusste ich sofort, was es ist. Und der Liquor ist schwarz. Was man macht, wenn man Verdacht hat auf diese Krankheit, Liquor wird zentrifugiert, sodass man Zellen nach unten treibt. Dann kommen die auf den Objektträger. Dann benutzt man eine besonders dicke Druckertinte. Die wird im Englischen genannt India Inc. Die wird bei Kalligrafen und Ähnliches verwendet. Und dann hat man diesen dichten Hintergrund. Und die Tinte drängt nicht durch Kapseln von Organismen. Und bei den Lymphozyten und anderen rundkernigen Zellen oder Retrozyten, die haben Glykokalix. Also die haben einen ganz kleinen heiligen Schein. Aber die dicken Kryptokokken, die eine ganz dicke Kapsel haben, kann man dadurch erkennen. Und dann muss man nicht sechs Wochen warten auf irgendeine Kultur. Und der Patient ist schon längst entweder gestorben oder abgenommen. Und so ist die Antwort zu diesem Begriff zu Kryptokokken-Meningitis. Neurosyphilis würde man nicht so unter dem Mikroskop sehen können. Leute mit Lymphomen kriegen natürlich Kryptokokken-Meningitis. Das wäre ein Grund, den Test zu machen. Und hämorrhagische Zysten, keine Ahnung. Aber die Antwort ist Kryptokokos neoformans. Und ob diese Methode noch angewendet wird, klinisch weiß ich nicht. Es ist natürlich nicht teuer, aber auch nicht sehr schick. Und vielleicht wird heute PCR oder irgendwas anderes gemacht. Wir haben zwei ganz große Arbeiten über Brustkrebs, den wir uns beschäftigen müssen. Und das erste muss man sich mal angucken, was steht denn Frauen vor, die eine Chemotherapie bekommen. Und da sind unterschiedliche Medikamente, die in unterschiedlichen Kombinationen hier angewendet werden. Die haben natürlich alle auch einen Einfluss auf normalen Zellen und haben dadurch ziemlich schlimme Nebenwirkungen. Haarausfall, Erbrechen, Übelkeit und Immunsuppression und alles Mögliche. Und diese Präparate werden im Prinzip routinemäßig gegeben. Insbesondere bei Frauen, die Metastasen haben oder positive Lymphknoten. Und die Fragestellung ist, könnte man manchen Frauen vielleicht diese Chemotherapie ersparen. Es gibt einen Gentest. Die sind natürlich ganz schick. Gentest ist, was wir brauchen für die sogenannte Präzisionsmedizin. Und die Hoffnung bei diesem Gentest war es, dass man die Therapie dadurch verbessern könnte. Und es sind mehrere Sachen auf dem Markt. Einer ist der Onkotyp DX. Das ist ein Display. Eine Kombination von 21 Genen werden hier untersucht. Also man schickt die Probe dann zu dem Hersteller von diesem Chip. Und da wird die Expression dieser Gene dann ausgewertet. Und in vorläufigen Studien hat man zeigen können, dass die Expression von diesen Genen einen Einfluss hat, ob Rezidiv oder Fernmetastasen oder ob der Tumor sich verbreitet. Man hat eigentlich keine bessere Behandlung dadurch entwickelt. Aber man hat die Hoffnung, dass man Frauen auswählen könnte, die keine Chemotherapie brauchen. Und im Prinzip sieht das so aus. Hier sind die Gene gelistet, wenn Sie interessieren. Es sind auch Haushaltsgene hier als Referenzen, die auf diesem Chip sind. Und dann Gene, die mit Estrogensignaltransduktion zu tun haben und mit Proliferation und Invasion. Und H2 ist auch vorhanden und unterschiedliche Sachen, Transkriptionsfaktoren und Ähnliches, die bei Brustkrebs eine Rolle spielen, sind hier vorhanden. Und der Hersteller wertet dann dies aus. Im Prinzip eine Skala, die hier unten gegeben wird. Und versucht festzustellen, ist dies eine Gruppe mit einem niedrigen Risiko, einem hohen Risiko oder einem intermediären Risiko. Und dann soll man dann entscheiden, brauche ich eine Chemotherapie, ja oder nein. Und dies sind gravierende Entscheidungen und unheimlich belastend. Und können wir uns so alles vorstellen. Und die Hoffnung ist, dass man ein Schema entwickelt, sodass vielleicht die Expression von diesen Genen bei diesen Entscheidungen helfen könnte. Und im Prinzip, was wir schon wissen durch andere Studien, ist, dass Frauen, deren Tumoren einen niedrigen Wert haben, unter 11 auf dieser Skala, brauchen grundsätzlich keine Chemotherapie. Und Frauen, die einen Wert haben, über 25, brauchen eine Chemotherapie. Da sind die Experten sich einig. Aber zwei Drittel von Frauen, die estrogenpositiven Brustkrebs haben, aber keine Wächterknoten, da weiß man nicht genau, was man machen soll, wenn die liegen zwischen 11 und 25. Die gängige Strategie ist, die alle Chemotherapie zu geben. Und in dieser Studie hat man Frauen mit diesem Wert zwischen 11 und 25 dann randomisiert zur Endokrinetherapie oder Endokrinetherapie plus Chemotherapie. Jetzt, dies ist alles nicht trivial. Es sind viele Frauen, die hier randomisiert werden, sind schon über 7000 ungefähr. Und dann 1300, die sowieso beides gekriegt haben. Und 1600, die nur eine Endokrinetherapie gekriegt haben. Und Sachen sind in der falschen Reihenfolge. Tut mir leid. Aber was wir sehen hier in den Frauen, die randomisiert wurden, sehen wir hier keinen Unterschied in Endokrinetherapie oder in der Kombination von Chemotherapie und Endokrinetherapie. Allein. Was mich irritiert hat, und in der nächsten Studie wird das klar sein, ist, man hat nicht mir wenigstens erklärt, als Nicht-Experte, was man unter Endokrinetherapie hier eigentlich bedeutet. Hat das zu tun, die Frauen haben Tamoxifen gekriegt haben, oder haben sie Amoromatase-Hämmer gekriegt, oder haben sie Eierstöcke entfernt bekommen, oder irgendeine Bestrahlung, Sachen, die auch gemacht werden, die im Prinzip auch eine Endokrinetherapie sind. Da bin ich hier nicht klüger geworden. Habe ich hier diese Sachen alle wirklich vergammelt? Tut mir leid. Also hier war kein Unterschied festzustellen. Dann auch schwer auszuwerten. Erstens erfreulich ist das, wie wir hier von dieser Abbildung sehen können, dass diese Frauen hier, dieses ist 108 Monate, also dieses eine lange Zeit, neun Jahre, und überwiegend sind die Damen noch da. Hier ist Freiheit von invasiver Erkrankung, das wäre dann Lokalrezidiv. Und dies ist Freiheit von fernen Metastasen. Und eigentlich die Prognose bei diesen Frauen mit Brustkrebs, so schlecht ist das nicht. Und hier sehen wir hier dann andere Auswertungen. Dies sind Freiheit von invasiver Krankheit, bezogen auf was der Wert hier ist. Und wenn der Wert bei dem Gentest steigt, dann ist die Prognose etwas weniger günstig, als wenn diese Werte unter 11 sind, wie hier gezeigt. Dann ist die Chance, dass das sich entwickelt, geringer. Aber die waren Wächterknoten negativ. Die sind alle Wächterknoten negativ. Die sind Hormonrezeptor, waren auch nicht alle, aber die sollten Hormonrezeptor positiv sein und HERB2 negativ sein. Aber die Wächterknoten sind entscheidend auch für die Chemotherapie. Ja, wenn man Wächterknoten hat, wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte man eine Chemotherapie kriegen. Und dann hier Freiheit von Fernmetastasen und Freiheit von Fernmetastasen plus lokales Rezidiv und Gesamtüberleben. Und hier spielen diese Auswertungen von diesen Genchips auch eine Rolle. Aber nach neun Jahren ist das nicht so ungünstig. Und dann hat man hier auch Einfluss von Alter auf diesen Ergebnissen angeguckt. Und wenn die Frauen unter 50 Jahre sind, dann scheint es, wenn sie in dieser Gruppe die randomisiert worden sind, dann scheint es, dass wenn sie eine Chemotherapie gekriegt haben, dann sind die das Auftreten von Invasionen und Fernmetastasen etwas weniger. Das wird hier auch ausgewertet. So scheint es zu sein, dass wenn man diesen Gentest anwendet und vermutlich kann man das nur für den Gentest von dieser Firma sagen, was die natürlich freut, ist, dass wenn die Frauen zwischen 11 und 25 liegen, kann man auf die Chemotherapie verzichten. Und das ist eine große Menge an Frauen, die Wächterknoten negativ sind, die Brustkrebs haben, der Hormonrezeptor positiv ist, aber R2 negativ ist. Und hier nochmal die Antihormontherapie bei Brustkrebs hatte ich hier kurz aufgelistet. Tamoxifen, Aromatasehemmer, GnRH, analoge, diese Sachen werden angewendet in einer, ich glaube, das würde man alles als endokrine Therapie bekennzeichnen. Nämlich das nächste Paper geht es darum, Auswertung ist im Prinzip eine Beurteilung von endokriner Therapie. und diese Frauen, ich habe, ja, hier geht es um zwei Studien. Das ist für den Nicht-Könner auch eine Katastrophe, aber dies ist eine Auswertung von zwei Studien. Die Auswertung von den Einzelstudien nach fünf Jahren ist schon vorgestellt worden und jetzt geht es um, was passiert denn in den nächsten fünf Jahren? Wie geht es denn weiter? Und es sind zwei Studien hier, die heißen Soft und Text, wenn Sie das interessieren. Und im Prinzip geht es darum, ist Tamoxifen besser oder schlechter als ein Aromatasehemmer? Und diese Frauen, das wurde in dieser Studie genannt, Ovar-Suppression, das beinhaltete Eierstock-Entfernung oder eine Bestrahlungsmethode oder GnRH-Analoge und Erreicht jeder? Ich gebe mir die Kugel mit diesem schrecklichen Zeug. Sie übertragen eine Sekunde. Gibt es nicht ein Programm, das ein Idiot wie ich bedienen kann? Gibt es nicht. Gibt es nicht. So, Sie sollen Sie sollen das übertragen. Das Bildschirm-Präsentation. Ja, die heißen alle Bildschirm-Präsentation. Nein. Jetzt ist alles da auf. Ja, da heißen sie nicht. Sie heißen Sie heißen. Warum sind denn diese anderen Quatsch dann überhaupt im Angebot? Da müssen Sie sich bei der Firma schwören. Ich kann leider nicht das beeinflussen. So, jetzt funktioniert alles. Präsentation gut. Und das nein. Ja, ich freue mich hier auch. Aussichtslos. Also, dann, diese Frauen sind ein bisschen anders als in der vorherigen Studie. Und hier muss man auch das feingedruckte lesen. Nämlich, ein Drittel dieser Frauen hatten positive Lymphknoten in dieser Studie. Und die meisten waren trotzdem hatten HER2 negative Tumoren. Also, dieses Patientenkollektiv ist ein bisschen anders als das vorherige. So habe ich auch dieses Schema hier kopiert. Also, es werden hier beinahe 6000 Frauen ausgewertet. Eine Gruppe hat Tamoxifen alleine gekriegt. Eine andere Gruppe hat Tamoxifen und Ovar Suppression wird das genannt. Andere Gruppe hat Aromatase Hämmer und Ovar Suppression bekommen. Das sind die, die von der Soft Studie kommen. Und dann die von der Text Studie kommen, haben Tamoxifen plus Ovar Suppression oder Aromatase Hämmer plus Ovar Suppression gekriegt. Alles ziemlich schwer zu verdauen. Aber wieder das Erfreuliche ist, dass nach neun Jahren sind überwiegend die Patientinnen noch da. Das ist schon etwas. Und nach fünf Jahren sehen wir hier kein Unterschied zwischen diesen Strategien. Aber nach acht Jahren sind da statistisch signifikante Unterschiede vorhanden. Jetzt ob die von klinischer Bedeutung sind, ist dahingestellt. Das kann ich nicht beurteilen. Aber was man hier will, wenn man Hersteller ist, ist statistische Signifikanz. Und das ist hier gegeben. Also disease free survival, das heißt krankheitsfreies Überleben. Tamoxifen ein bisschen schlechter als Tamoxifen plus Ovar Suppression. und der Aromatase Hämmer liegt hier vorne. Wenn das ein Unterschied ist, der von klinischer Bedeutung ist, kann ich nicht beurteilen. Und dann bei Patientinnen, die keine Chemotherapie bekommen haben, vermutlich weil sie in der Gruppe waren, die Knoten negativ waren, sehen wir ein ähnliches Ergebnis und dann krankheitsfreies Überleben in Patientinnen, die Chemotherapie brauchten. Die hatten natürlich positive Knoten, würde ich davon ausgehen. Ist ein ähnliches Muster. Und wenn man das in diesen Forest Plots hier ausdrückt, dann sieht das natürlich schicker aus. Ob das wirklich von Bedeutung ist, weiß ich nicht. Aber und der Aromatase Hämmer ist noch unter Lizenz und kostet sehr viel Geld und Tamoxifen kostet 10 Cent pro Tag. Aber das sind dann Entscheidungen, die andere Leute treffen müssen. Und hier ist Fernmetastasen, Gesamtüberleben, Null Unterschied, Fernmetastasen, naja, und Fernmetastasen, bei Frauen mit die Chemotherapie erhalten erhalten mussten und Gesamtüberleben bei Frauen, Chemotherapie erhalten haben, sind da geringe Unterschiede und das müssen dann die Onkologen beurteilen, die sich mit diesen Patientinnen dann beschäftigen. Aber in den Forest Plots sieht es natürlich besser aus. Aber was mich, ich habe sofort drauf geguckt, wer hat denn weniger Osteoporose und Frakturen? Gott sei Dank tritt dies nicht zu häufig auf, aber in der Tamoxifen alleine 13,7% in der Tamoxifen plus Oval Suppression 27% und dann mit dem Aromatase Hämmer sind fast schon auf 42%. Die Zahlen sind hier ziemlich klein und ob es um Frakturen geht oder nur Hinweise auf Osteoporose. Also solche Sachen muss man dann auch in Betracht sehen, wenn man die Entscheidungen trifft. Aber die Autoren behaupten, dass ein weiteres Vorteil vorhanden wäre, wenn man Oval Suppression plus den Aromatase Hämmer kriegt, anstatt Tamoxifen allein. Es kommt noch schwerer. Nächste Thema ist das Impfstoff von Calme und Guaran und diese Forscher sind eigentlich vom 19. Jahrhundert und dieses Herr Guaran ist hier im Hintergrund, er war schon verstorben und die beiden haben einen Impfstoff entwickelt, der auch eine Rolle spielt bei der Behandlung von Blasenkarzinom. Und vielleicht ist das sogar noch wichtiger. Und ob dieser Impfstoff angewendet werden soll oder nicht, ist immer noch bestritten. Nämlich so bei Tuberkulose einen Impfstoff zu bewerten, ist ganz schwierig und wir werden gleich sehen, warum. Auch was mich interessiert hat, ist dieses angewendet worden in Deutschland 1930. Da sind 77 Kinder gestorben, aber wahrscheinlich hatte das nichts mit dem Impfstoff zu tun. Die Leute, die sich mit diesem Impfstoff beschäftigten, haben in ihrem Labor nicht die Anwesenheit von Bakterien, die beryl waren, die haben diese Vorgänge nicht getrennt, als sie diesen Impfstoff präpariert haben. Und dass da Kontamination vorhanden war, scheint der Fall zu sein. Und es war eine Katastrophe. Und diese Ärzte, die hierfür verantwortlich waren, sind auch wegen fahrlässiger Tötung hier angeklagt worden. Aber der Impfstoff ist in Deutschland nicht eingeführt worden, bis nach dem Zweiten Weltkrieg und dann so viel ich andere was in diesem Paper eine Rolle spielt, ist der Gamma-Interferon- Freisetzungstest. Der ein besserer Hintest, erstens der Hauttest ist dann positiv nach BC BG-Impfung und so ist er nicht anwendbar und als ein Surrogatmarker hier in dieser Studie ist es das Auftreten von Gamma-Interferon wird von rundkernigen Zellen freigesetzt, die mit Tuberkulbacillen und zusätzlich diese Antigene, die hier gelistet sind, bekommen, wird Gamma-Interferon freigesetzt, das kann mit einem Laser-Test dann festgestellt werden und dann hat man ziemlich guter Hinweis, dass dieser Mensch mit Tuberkulose-Erreger Kontakt und sein Körper musste sich mit diesen Erregern auseinandersetzen. Dann, ob man klinische Tuberkulose dann bekommt, ist eine andere Frage und darum sind diese Impfstudien bei Material, das für Tuberkulose angewendet werden soll, von großer Schwierigkeit. Und der andere Impfstoff, habe ich auch nachgeschlagen, was das ist, der wird hier beschrieben, aber nicht ausführlich. Das hat mit einem Impfstoff zu tun, dass ein H4-Proton Polyprotein, Antigen und andere Adjuvantstoffe beinhaltet. Genau wie das funktioniert, weiß ich nicht, aber diese beiden Sachen sind hier getestet worden. Und man hat hier tatsächlich Patienten untersucht und sind unterschiedliche Gruppen H4-Impfstoff, BCG-Gruppe, Placebo-Gruppe und alle zusammen. Und das sind im Prinzip Kinder in Afrika, die hier diese Studie unterzogen worden sind. Und die beiden Impfstoffe sind getestet gegen Placebo und der primäre Endpunkt war Auftreten von positiven Interferon- Freisetzungstests. Und dann waren auch sekundäre Endergebnisse, die mit Immunogenizität zu tun hatten und Erhaltung von der QFT- Konversion oder Rückläufigkeit von der QFT- Konversion. Alles für einen Nicht-Experten ein bisschen schwer zu beurteilen, aber im Prinzip hier war der Ablauf, also 1000 Kinder Tag 0 geimpft worden mit diesem Impfstoff oder BCG und der H4-Impfstoff braucht wohl eine zweite Impfung am Tag 56 und dann hat man nach unterschiedlichen Abständen den Interferon- Freisetzungstest hier untersucht und hat auch Blut abgenommen um Reaktion von rundkernigen Zellen auf ob sie geimpft waren oder nicht zur Stimulation wie die Zellen sich verhalten haben als Immunizitäts Hinweis und hier in A sind die Kinder die Placebo gekriegt haben auf diesen Antigen den ich nicht besonders kenne haben die nicht angesprochen auf BCG sprechen sie aber an manche eigentlich alle und die die diesen H4 Impfstoff gekriegt haben manche sprechen auf AG 85B an und auf BCG sprechen die auch an und dann die mit BCG geimpft worden sind die sie hier auf AG 85B angesprochen haben oder BCG hier gegeben und dann können wir uns angucken Kinder die dann in Afrika werden die wahrscheinlich alle TBC ausgesetzt und dann ist die Frage wie lange dauert das bis die positiven Interferon Freisetzung Test haben und das war im Prinzip häufiger bei Placebo als bei den beiden geimpften Gruppen das ist ein bisschen schwer festzustellen weil so viele Linien hier nach oben gehen und der Zeitverlauf hier ist auch gegeben Null wird genannt wenn die wann die Konversion war können sich in Ruhe hier selber angucken und dann initiale QFT Konversion hier sind die Zahlen ziemlich klein kann man nicht beurteilen aber BCG sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus im Vergleich zu Placebo oder diesem anderen Impfstoff und wenn wir hier diesen Kaplan-Meyer Kurve angucken hier sind die beiden Impfstoffe hier ist Placebo dies ist Reversion zu einem negativen Test und die Impfstoffe sind besser als Placebo aber Unterschiede zwischen den beiden Impfstoffen finde ich ziemlich schwer festzustellen also dass Impfstoff A nicht schlechter ist als Impfstoff B da war kein statistischer Unterschied und wenn wir uns dann die Zahlen angucken 50% 30,5 gegen 50,2 also Guerin und Kalmet lassen sich zeigen nach 100 Jahren der neue Impfstoff scheint nicht besser zu sein als der alte das war nicht schlecht und jetzt dass man jetzt dass man diesen Interferon Freisetzung Test hat dann kommt dieser ganze Schlamassel mit diesem Haut Test nicht mehr auf aber ob man die Entscheidung trifft das machen oder nicht hat natürlich zu tun wie häufig ist es der Krankheit in der Bevölkerung ist die Krankheit in der Bevölkerung aber dies ist ziemlich überzeugend dass BCG funktioniert und im Vergleich zu einem Placebo das ist nicht so dass Tuberkulose in Amerika nicht vorkam als Assistent wir haben die Leute am laufenden Band gesehen jetzt dieses nächste Paper ist auch ziemlich schick es geht hier und dies finde ich erstaunlich hier von wusste ich gar nichts hier geht es um die Behandlung von Glioblastomen was im Prinzip keine Behandlung hat und Leute mit Glioblastomen sterben und furchtbar und dies ist eine neue Idee und dies ist ein modifiziertes Poliovirus attenuiertes Poliovirus dieses Sabin Virus das für Impfstoff und im Prinzip dazu beigetragen hat dass Polio von der Weltkugel im Prinzip verschwunden ist verantwortlich und dieses Sabin Virus hier ist modifiziert worden so dass es ein Stückchen hat von einem Rhino Virus das die Molekulargenetik verstehe ich nicht ganz genau aber es hat mit einem internen ribosomalen Eintrittsvorder zu tun das ist von Rhino Virus Typ 2 geborgt worden so hat man dieses künstliche Poliovirus von dem Sabin Virus und diesem Rhino Virus entwickelt dann hat man den Patienten mit Glioblastom das in ihren Glioblastom gespritzt und die Idee ist dass das Poliovirus diese Zellen dann angreift und die zum Sterben bringt und da man keine systemische Wirkung hat hat man die Patienten alle mit Sabin Virus geimpft so dass sie zirkulierende Antikörper hatten gegen dieses Konstrukt nämlich es ging darum wie funktioniert das gegen die Tumoren und dann hier sind diese Kontrollen sind historisch dies ist an der Duke University durchgeführt 61 Patienten im Vergleich zu 104 historische Kontrollen also es ist nicht sicherlich nicht Astralen nicht Placebo kontrolliert dies sind historische Kontrollen darf man eigentlich nicht machen aber wenn man mit dem Krankheitsbild was sonst null Aussichten hat zu tun hat dann kann man sich schon ein paar Sachen erlauben also das war die Strategie und während der Studie hat man ständig an diesem Poliovirus gebastelt das heißt die ersten Patienten die das gekriegt haben haben nicht das gleiche Material man hat versucht das Material zu verbessern während dieser Studie es ist im Prinzip konzeptuelle Studie die hier durchgeführt worden ist und die Klinik von diesen armen Patienten und wie viel von diesem Poliovirus die sie gekriegt haben ist hier gegeben und ob sie Hemiparesen und Krampfanfälle oder Dysphasie das sind natürlich alles auch ein Teil des Krankheitsbildes und weiß nicht ob man das der Behandlung zuschreiben kann aber das erstaunliche ist da sind Patienten 20% nach 72 Monate sind die noch da und dies ist ein Krankheitsbild im Prinzip wo alle tot sind innerhalb zwei Jahren wie die historische Kontrollgruppe hier schon deutet und man soll nicht Fallberichte aber hier man muss mal angucken und diese MRTs werden besser und dies ist jetzt nicht ein Tumor der sonst von alleine rückläufig ist und guck mal den da an und ich fand dieses Konzept ziemlich interessant für eine hoffnungslose aussichtslose Krankheit und ich finde es auch mutig und hat jemand nachgedacht und die haben jetzt eine sichere die denken die Forscher denken dass sie ein sicheres Präparat haben dass wenn es direkt in die Tumoren reingegeben wird dass es vielleicht die Aussichten dieser Patienten verbessert dann dieses haben wir schon besprochen es geht um die arme Insel Puerto Rico die den Amerikanern besitzt ob man das eine Kolonie nennen sollte kann man wahrscheinlich nicht nämlich die Einwohner haben tatsächlich amerikanische Staatsangehörigkeit aber nicht die gleichen Rechte wie andere Amerikaner die können nicht gegen Donald Trump wählen zum Beispiel was auch nicht haben dürfen ist dass sie haben keinen Bundesstaat das heißt das föderative Hilfe haben sie auch nicht verdient und es gab ja einen schrecklichen Hurricane Sturm da im letzten Herbst und laut die Regierung von Donald Trump sind nur 64 Leute da umgekommen dieses Thema haben wir schon mal besprochen aber hier ist diese Studie dann dargestellt eine ausführliche Studie da sind Sacharbeiter dann reingekommen und haben mit Leuten geredet und da die in Amerika man sich nicht an einem Einwohnermeldeamt melden muss und die Leute natürlich so schnell wie möglich abgehauen sind zum Festland ist ein bisschen schwer festzustellen was hier passiert ist aber das wird dann hier alles erklärt und ziemlich gute Daten da gezeigt und wie viel Wasserverseuchung und Telefone funktionierten nicht und Elektrizitätausfälle und konnten keine Medikamente bekommen und ähnliches ist hier alles ausgewertet worden lange Geschichte kurzer Sinn ziemlich gute Daten dass ungefähr 5000 Leute sind hier umgekommen und nicht 64 und die Mittel und Hilfe die sie gekriegt haben waren sehr begrenzt und es ist eigentlich ein Skandal dann des Review im New England Journal geht es um PAVK und chronische Extremitäten Ischämie und diesen Patienten kann man natürlich in den letzten 20 Jahren hat das enorm verbessert was man diesen Patienten anbieten kann und das wird hier diskutiert und auch was deren Risiko ist andere Kreislaufereignisse zu haben das haben wir schon alles diskutiert und das Fallbeispiel ist das und was soll man mit diesem Patienten machen und der hat hier einen toten Großzeh oder die Hälfte davon ist tot und dann hat er im Englischen würde man das Cellulitis nennen im deutschen Sprachraum nennt man das Recipel Infektion ist hier voran und die anderen zählen sind noch nicht so betroffen aber sind vielleicht auch nicht so doll und dann was sind die nicht invasiven Methoden die wir haben um dieses zu bewerten und hier gibt es eine ganze Menge inklusive transkutane Oximetrie und eine Gefäßabteilung wird diese Werkzeuge alle vorhanden vorhanden haben und die sollte man anwenden hier ist auch ein Ablauf Schema wie man diese Leute beurteilen sollte und welche Leute kommen für eine endovaskuläre Therapie und welche sollten operativ behandelt werden und was für eine Amputation in denjenigen die das absolut brauchen und Schmerzbehandlung und ähnliches wird hier alles ausführlich diskutiert und mit diesen schicken langen Stents kann man natürlich eine ganze Menge schon machen was früher nicht möglich war um Stenosen zu beheben und dann Bypass Operationen mit Venen Bypasse und anderes und dann wie man mit diesen Patienten umgehen sollte wird hier auch diskutiert und der Experte meint man sollte hier einen Chirurgen fragen finde ich auch eine gute Idee dann hat er behauptet man sollte den vierten C auch opfern das habe ich nicht ganz verstanden aber bitte lesen Sie dieses Review man sollte viel wissen über periphere arterielle Verschlusskrankheit dann ist hier im Fallbereich im New England Journal eine Reiterin 35 Jahre alt kriegt er auf einmal Rückenschmerzen und Rückenmark Symptome elektrische Schläge wenn sie auf dem Pferd sitzt und das rauf und runter hoppelt sie lebt in Frankreich und ist sonst nicht verreist hat eine Katze zu Hause und hat mit Pferde und Kühe Kontakt hat keine Eosinophilie und im MRT ist dieses Gebilde da und drückt aufs Rückenmark und kein Wunder dass er da Rückenmark Zeichen hat und das ist auch ein Echinococcus Ziste ich glaube nicht dass er das von ihrer Katze hat da ist der irgendein Hund ist da wahrscheinlich dafür verantwortlich dann der Fall in New England Journal es geht um 61 jährigen Alkoholiker der seinen üblichen Pegel und Anzahl von Autounfällen und alles ungefähr stabil aber dann auf einmal entwickelt der eine Wahnsinn Symptomatik der wird wirklich wahnsinnig und verschenkt hier 25.000 Dollar und trinkt eigentlich seine übliche Menge so einen halben Liter Wodka pro Tag und geht ab und zu zum Doktor und kriegt da auch irgendwelche Präparate helfen nicht viel und das wird diskutiert ist der auf einmal hat der eine primäre Manie entwickelt oder ist dies sekundär zu irgendeiner anderen medizinischen Grunderkrankung im Prinzip geht es darum und hier sind auch Sachen die ich nicht wusste bipolare Störung und hier ist es überwiegend geht es um Wahn obwohl depressive Episoden hat der auch treten zwischen dem 16. und 25. Lebensjahr auf dann gibt es einen zweiten Peak 46 zu 55 aber der ist schon 61 so meint der Experte hier dass es wahrscheinlich sekundär zu etwas anderem ist und wenn das der Fall ist dann muss man hat man ja heute tolle Bildgebung die man hier angucken kann und die Bildgebung hat ergeben dass er einen Schlaganfall im Thalamus Kapsel Bereich hat und man geht davon aus dass dieser Schlaganfall dafür verantwortlich ist und das wird hier alles diskutiert sind auch schöne Tabellen wie die Leute sich verhalten und wie man sie abgrenzen kann wenn sie eine sekundäre Manie haben eine von Trallappen Syndrom im Vergleich zu bipolarer Störung dann im Lancet hier ist ein Paper es geht wieder um PDL Ligant 1 Antikörper bei Patienten mit Esophagus Karzinom denen man auch nicht so viel zu bieten hat und vielleicht ist dies mindestens so gut wie Paxintaxel was die sonst erhalten und dies ist eine Vergleichsstudie viele Patienten alle Patienten und dann Patienten die dann PDL1 exprimieren ja oder nein es sieht so aus als wäre der Antikörper gegen PDL1 nicht schlechter als Paxilitaxel oder vielleicht sogar ein bisschen besser und das ist hier die Thematik Gesamtüberleben immer noch in beiden Gruppen schlecht aber hier ist keine unbehandelte Gruppe hier zum Vergleich ziemlich variabel Gesamtüberleben oben und unten bezüglich unterschiedliche Kriterien sind hier ausgewertet aber die Nebenwirkungen halten sich mehr in Grenzen und vielleicht wäre die Kombination weiß nicht wie die Leute die Experten hier sind sich das vorstellen aber dies wird vielleicht wieder eine Krebsform sein die anspricht auf diese Checkpoint Strategie das behaupten die Experten hier dann bei Patienten mit Morbus Blechterew die werden häufig behandelt mit einer Anti-TNF Strategie und der neueste Antikörper dagegen ist das Adalimumab und wenn die Leute jetzt stabil sind auf Adalimumab sollen die die für das Rest des Lebens kriegen oder kann man das irgendwann absetzen und im Prinzip ist dies eine Absetztherapie Studie bei 300 Patienten und der primäre Endpunkt ist im Prinzip wann kommt es wieder und das wird dann ausgewertet mit unterschiedlichen Skalen und es sieht so aus als ja es kommt wieder und die Grünen bei denen die sind dann umgestellt worden auf Placebo und vielleicht ist es keine schlechte Idee dann weiter mit Adalimumab behandelt zu werden und Nebenwirkungen wenn man das Wiederauftreten der Krankheit oder Symptomatik als Nebenwirkung bekennzeichnet dann hilft das natürlich der Adalimumab Gruppe und das ist so muss man sich überlegen die Anti-TNF Therapie bei Leute die in Remission sind wenn man das absetzt dann ist die Möglichkeit dass ein Rezidiv dann auftreten kann dann hat man sich um Infektionen bei Kleinkindern in der dritten Welt beschäftigt und es ist wirklich eine enorme Leistung in unterschiedlichen armen Ländern hier diese kleinen Babys wurde dann kriegen dann Hausbesuch von Gesundheitsarbeitern die dann Kulturen abgenommen hat und die Idee war es festzustellen was für Infekte kriegen diese kleinen Kinder und was passiert mit denen und was passiert bezüglich ob sie geimpft sind ja oder nein BCG wird hier ziemlich häufig gegeben wahrscheinlich eine gute Idee Polio Impfstoff und so weiter und was wir und dann wie diese Kinder waren Mädchen und Jungs und wie viel sie wogen bei der Geburt und ähnliches die klinischen Angaben sind hier gegeben und dann hier was die Kulturen ergeben haben was Bakterien anbelangt ziemlich viel Chlamydien hier sind vorhanden aber ich bin beeindruckt dass man eine Diagnostik hat um diese molekulare Diagnostik gemacht worden in dieser Studie was hier durchgeführt worden ist und was auftritt in größeren Mengen Urea Plasma wusste gar nicht dass das Pathogen ist aber man hat mich etwas besseres belehrt und respiratorisches Syncytium Virus ziemlich häufig und man arbeitet ja daran in der Hoffnung dass man da einen Impfstoff entwickeln könnte und genau was die Klinik ist von Urea Plasma weiß ich nicht genau aber diese Sachen traten gehäuft auf und das hat die Leute die die Studie durchgeführt hat beeindruckt und muss man darauf sich einstellen Review im Lancet akutisch rheumatisches Fieber während meinem Studiumgang haben wir sehr viel darüber gelernt und sehr viel Pathologie und Aschofknötchen und ähnliches und Bindegewebs Veränderungen und ganz wichtig heutzutage trifft kommt das weniger vor aber in manchen Erdteilen ist es immer noch sehr häufig und wie man damit umgehen soll sehr schönes Review darüber und wie man Karditis und die Behandlung von den Leuten und die Pathogenese wie man was heute die Vorstellung ist wie das zustande kommt und Antikörperbildung und Einwirkung von den von Streptococcus Pyogenes Stämme die dies auslösen wie das Funktionieren das hier geben genetische Einflüsse die dem Wirt mehr fällig machen zu dieser Infektion werden hier auch diskutiert und dann die Klinik Fieber sehr häufig Gelenkbeschwerden werden häufig nicht richtig eingeschätzt Carditis das Auftreten von Zittenhams Korea Hautveränderungen Erythema Marginatum habe ich auch in Erinnerung und wie man zur Diagnose kommt und was die Jones Kriterien sind ich weiß nicht ob Medizinstudenten die heutzutage noch lernen das wird hier alles in diesem Review diskutiert und wie man mit diesen Patienten umgeht und ob es möglich ist einen Impfstoff zu entwickeln daran wird gearbeitet Das nächste Review im Lancet geht es um virale Gastroenteritis und da sind im Prinzip zwei Sachen hier die wichtig sind Rotavirus und Norovirus und die immer noch zu viele Todesursachen von diesen Sachen aber sie sind rückläufig und wir haben ja auch gesehen in Lancet dass die Anzahl von Todesfällen an Kleinkindern erheblich rückläufig ist mit Maßnahmen die eingeführt worden sind und man arbeitet an einem Impfstoff für Rotavirus und wie die Verteilung ist während des Jahres wann diese Sachen auftreten wird hier auch diskutiert und gutes Review darüber Dann in Lancet ist dieser kleine Fallbericht 64-jähriger Doktor der hat Schlafapnoe der ist aber sehr therapie adherent mit seinem CPAP Gerät und der Computer erzählt dann jeden Abend auf einmal kriegte viele Episoden von Schlafapnoe und wenn wir gleichzeitig gucken was dann in dieser Zeit auch passiert ist das Auftreten von Chain Stokes Ventilation und das ist hier in dieser Grafik sehr schön gezeigt und es stellt sich heraus dass während diese Sachen werden ausgelöst von akutem Vorhofflimmern und das fand ich interessant dass bei Patienten mit Schlafapnoe Syndrom wenn die akutes Vorhofflimmern entwickelt dann haben sie natürlich mehr Probleme als falls das sich nicht entwickelt dann ganz am Ende dieses total spannend dies ist ein Beispiel von Oropharyngeala Thularemie und und das ist eine Halsentzündung würde ich auch nicht dran denken ich würde vielleicht an Mononukleose oder Stratococcus oder Staphylococcus Abszesse und hier gucken wir diese Lymphknoten an die können auch platzen und sehen so aus und Thularemie sollte man nicht vergessen weil es auch in Deutschland vorkommt und dies ist ein ganz spannendes kleines Paper im New England Journal es geht um Oropharyngeala Thularemie bei Menschen die Traubenmoost zu sich genommen haben was in Rheinland Pfalz ziemlich häufig ist bei den Winzern und hier haben wir Winzer 1 und in Winzer 1 werden die Trauben maschinell geerntet oder per Hand Sort A ist maschinell geerntet und Sort B ist per Hand geerntet dann weil er ein freundlicher Winzer ist hat er seine Maschine Winzer 2 als Leih Gabe hingestellt und Winzer 2 hat auch die gleiche Maschine angewendet und dann werden die Trauben dann fertiggestellt und in Traubenmost umgewandelt und manche der Arbeiter haben diese Traubenmost natürlich genossen und bei Winzer 1 wo diese Maschine angewendet worden ist sind hier Fälle von Oropharyngeala Tularamie aufgetreten die so aussahen wie in diesem klinischen Bild was ich Ihnen gezeigt habe das hat die Gesundheitsbehörde natürlich aufmerksam gemacht nämlich bei den Arbeitern gleiche Arbeitern aber wenn die Trauben per Hand gepflückt worden sind dann ist Tularamie nicht klinisch aufgetreten ja um ein Paper zu schreiben das im New England Journal erscheint ob man Käse gegessen hat ja oder nein ist nicht das Wesentliche man muss natürlich ein bisschen PCR machen das haben die auch gemacht und haben die Franzizella Tularensis Stämme hier aufgearbeitet war alles der gleiche Stamm und Winzer 1 Sort 1 das heißt Maschine haben sie dann Proben von dem Traubenmost genommen und mit PCR 16.849 Copies gefunden in diesem Material und dann haben bei den Trauben die per Hand gepflückt worden sind aber bei den gleichen Arbeiter die die Maschine betrieben haben da waren auch manche kontaminiert aber viel weniger und dann bei Winzer 2 der die Maschine dann gekriegt hat die haben die wahrscheinlich ein bisschen aufgeputzt da war das selten und dann hat das aufgehört und dann wo kommen diese Sachen her und in den Most kann man natürlich auch nach Reste von Überträgern fahren wie Mäuse zum Beispiel und tatsächlich hat man dann von Genomstudien von Mäuse hier durchgeführt und tatsächlich war der Most in 1a von der Maschine kontaminiert auch mit Mausegenum so geht man davon aus dass die Maschine die nicht zwischen Trauben und Mäuse unterscheiden kann ich weiß Artifizielle Intelligenz kommt noch dass da paar Mäuse auch verarbeitet worden sind und das Traurigste an dieser Geschichte ist dass der ganze Bein wurde weggeschüttelt und damit sind wir am Ende und nächste Woche geht es weiter mit Clinical Charm Schnell mit Schnell Schnell